Jetzt ist die erste Anruferin da. Wer ist die Anruferin? Hallo? Hallo. Wer ist denn dran? Die Nathalie. Die Nathalie. Nathalie hat eine Frage. Ja, ich wollte fragen, ob du mit einem Bewerber etwas anfangen würdest oder so. Große Augen bei Nova, zu Recht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Lass mal, muss ich mir die Bewerber angucken, würde ich sagen, oder? Ich meine, ich unterschreibe jetzt keinen Blankoscheck hier. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Wer weiß, wer weiß. Also ich schließe es nicht aus, überhaupt nicht, weil ich meine, Bewerber sind auch nur Menschen. Nein, Quatsch. Das hängt von einer Million Faktoren ab, ob man sich in jemanden verknallt oder nicht. Ich würde nie mit jemandem was anfangen, nur um mit ihm was anzufangen. Wenn derjenige aber dazu da ist, dass er mich in den Verliebehals überkommt, dann ist es doch total egal, ob du mit Werber bist oder nicht, oder?